Tust du dich mit Musiktheorie immer noch schwer, weil dir manche Grundbegriffe einfach nicht sagen, was sind in Skalen, was ist Dur, was ist Moll, was sind Intervalle und du hast einfach mehr Fragezeichen über dem Kopf, je mehr du über Musiktheorie hörst, dann bist du hier vollkommen richtig, denn heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema der Begrifflichkeiten. Und zwar kam mir halt eben zu Ohren, wurde mir auch als Feedback gegeben, dass meine Musiktheorie-Serie zwar ganz nett ist, aber manche Begriffe einfach unklar. Und die wollen wir heute ein bisschen erörtern. Du drückst jetzt mal auf den Like-Button, unten auf den Abo-Button, falls du es noch nicht gemacht hast, und dann machen wir mal einen kleinen Deep-Dive in die Begrifflichkeiten. Und zwar fangen wir erstmal mit den Skalen an. Was ist eine Skala? Eine Skala ist eine Tonleiter bestehend aus sieben Tönen. Wir haben, wie ihr wisst, in unserer Musik, in der westlichen Musik auf jeden Fall, zwölf Töne. Sieben davon sind immer Teil einer Skala. Welche sieben hängt natürlich davon ab, in welcher Skala wir uns bewegen. A-Moll, C-Dur, F-Moll, G-Dur, whatever. Ist erstmal nebensächlich, aber es hat immer sieben Töne. Wir kennen das ja von A-Moll. Ich mache ja meine Übungen auch meistens in A-Moll, einfach weil man da dann die Töne noch ein bisschen besser kennenlernt und man eben die Schwierigkeit nicht hat, dass da irgendwo ein Cis versteckt ist oder sowas, sondern einfach nur Plain A, B, C, D, E, F, G. Das sind auch die sieben Töne, die in der A-Moll-Skala drin sind. Und wir kennen es ja zum Beispiel in der fünften Lage. Wenn man jetzt hier einmal eine Oktave A-Moll spielt, haben wir hier sieben Töne und hier der achte wäre schon wieder die Oktave, das nächste A. Und da kommen wir auch gleich zu einem weiteren Thema. Also nebst den Tönen, die da in der Skala drin sind, hat die Skala bestimmte Intervalle. Wir spielen jetzt A-Moll einfach mal auf der A-Seite. Da haben wir die Leerseite, das A. Den zweiten Bund, den ersten spielen wir nicht, den zweiten ist das B, dritte ist das C. Das heißt, wir haben hier diese Doppeltöne. B und C. Dann haben wir einen ganzen Schritt, C und D. Noch einen ganzen Schritt, D und E. Dann haben wir wieder einen Halbtonschritt, E und F. Dann haben wir F und G, das ist wieder ein ganzer Schritt. Und dann haben wir die Oktave, das A. Und diese Intervalle, diese Abstände zwischen den Tönen, bleiben immer gleich. Also wenn ihr jetzt in B-Moll spielt, dann fangt ihr halt eben beim B an zu zählen. Ganzer Schritt, halber Schritt, ganzer Schritt, ganzer Schritt, halber Schritt, ganzer Schritt, ganzer Schritt. Dieses Schema, dieses Muster, sag ich jetzt mal, ist wie eine Schablone. Die Älteren von euch kennen es vielleicht noch von der Führerscheinprüfung, wenn ihr damals für die Theorie gebuckelt habt. Da hat man damals diese Fragebögen bekommen, die hat man mit Bleistift ausgefüllt und entsprechend wieder radieren können. Und an jedem Blatt war oben, beziehungsweise irgendwo am rechten Hand, so ein kleiner Pfeil, da hat man dann eine Schablone angelegt, die dann eben, je nachdem wo man sie angelegt hat, die richtigen Antworten gezeigt hat. Und diese Schablone hat man auf jedem Blatt quasi woanders anlegen müssen, immer um dann eben die entsprechend richtigen Antworten angezeigt zu bekommen. Und diese Schablone hat, je nachdem wo man sie angelegt hat, natürlich immer andere Antworten als richtig angezeigt. Also es war nicht immer bei der ersten Frage die vierte Antwort und bei der zweiten die erste Antwort oder sowas. Sondern je nachdem wo der Pfeil war, war es halt dann bei der zweiten auch mal das vierte oder das dritte und so weiter. Und genauso verhält sich das im Prinzip mit den Intervallen oder mit den Skalen. Die Intervalle bleiben gleich. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr sagt, ja A-Moll weiß ich jetzt, wie ich spiele. Grundton, ganzer Schritt, halber Schritt, ganzer Schritt, ganzer Schritt, halber Schritt, ganzer Schritt, ganzer Schritt. Dann bin ich auf der Oktave. Das gleiche könnt ihr jetzt aber sagen, ich will jetzt in C-Moll spielen. Dann fangt ihr hier im dritten Bund an zu zählen und macht das so weiter. Und genauso verhält sich es mit diesem A-Moll-Fünfte-Lage-Schema. Wenn ihr in der fünften Lage, heißt ja, man fängt mit dem fünften Bund auf der tiefen E-Seite mit dem Grundton mit dem A an, könnt ihr auch in die achte Seite verschieben. Dann seid ihr in C-Moll. Dann spielt ihr halt nicht A-Moll-Fünfte-Lage, sondern C-Moll-Achte-Lage. Das Griffmuster, dass ihr hier Grundton, ganzer Schritt, halber Schritt, auf der Seite drunter, erster Ton, ganzer Schritt, halber Schritt, so spielt, wie ich das eben gerade auch auf der fünften Lage gemacht habe. Das bleibt gleich. Das ist identisch, weil die Töne immer in der gleichen Reihenfolge auf dem Griffbrett sind. Also auf jedes B folgt das C, auf jedes C folgt das Cis, auf jedes Cis folgt das D und so weiter und so fort. Es kommt nicht vor, dass ein Diss plötzlich hinter einem F steht. Es kommt nicht vor, dass das E plötzlich hinter dem A steht oder sowas. Die Töne bleiben immer in der gleichen Reihenfolge. De facto könnt ihr diese Schablone, wenn ihr einmal die Intervalle von A-Moll kennt, auch einfach auf B-Moll, C-Moll, D-Moll, whatever anwenden. Und genauso verhält es sich mit den Dur-Skalen. A-Moll beinhaltet die gleichen Töne wie C-Dur. Und bei C-Dur fängt man eben beim C an zu zählen. Dann habt ihr C, D, E, F, G, A, B und dann kommt wieder das C. Und da verhält es sich halt so, wir benennen ja die Töne nach der Reihenfolge. Wir haben die Primär, also den Grundton. Die Sekunde, das ist der Zweite. Die Terz, der Dritte. Quarte, der Vierte. Quinte, der Fünfte. Sechste ist der Sechste Ton. Und dann haben wir noch die Septime, das ist der Siebte Ton in einer Skala. Und dann kommt eben die Oktave. Daher auch der Name Oktave, weil es dann der achte Ton quasi dann wieder ist in dieser Tonleiter. Und in C-Dur haben wir das eben im Prinzip genauso. Wir haben den Grundton, das wäre dann das C. Dann haben wir das D, das wäre die Sekunde. Dann haben wir die große Terz. Wenn wir zwischen Dur und Moll unterscheiden, ist der dritte Ton die Terz. In Moll immer die kleine Terz. Das heißt, sie folgt gleich auf die Sekunde, nur ein Halbtonschritt. In Dur ist es ein ganzer Schritt. Nach der Terz haben wir dann den Halbtonschritt. C-Dur hatte die gleichen Töne wie A-Moll. Sprich, nach dem E folgt das F. Dann haben wir wieder einen ganzen Schritt. Das G. Dann haben wir wieder einen ganzen Schritt. Das A. Dann haben wir hier die Septime, die Siebte. Das B. Das direkt vor der Oktave liegt. Und wenn ihr euch diese Griffmuster einprägt, das sind im Prinzip nur zwei Schablonen, die ihr euch merken müsst, dann könnt ihr alle Dur- und Moll-Skalen spielen. Ihr müsst dann immer nur bei dem Ton anfangen, also mit Zählen anfangen, den ihr spielen wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt einen Song in D-Moll spielen, dann fangt ihr eben nicht bei A anzuzählen, sondern hier im fünften Bund bei D. Dann habt ihr hier die D-Moll-Skala. Und so verhält es sich mit jeder Moll-Skala, mit jeder Dur-Skala, die ihr spielen wollt. Das Schema ist immer das gleiche. Die Abstände, die Intervalle zwischen den Tönen bleiben identisch. Es kommt immer nur darauf an, wo ihr quasi startet, wenn ihr durchzählt. Der erste Ton ist immer der Grundton der Skala. Der zweite Ton, die Sekunde, ist dann immer einen ganzen Schritt entfernt. Und je nachdem, ob ihr euch in Dur oder Moll bewegt, ist es dann ein Halbtonschritt als nächstes oder ein ganzer. Und wenn ihr das einigermaßen drin habt, wo die Doppeltöne, also diese Halbtonschritte in der Skala sind und die anderen Töne, das hatte ich ja letztens in dem Video schon erklärt, sind dann immer Ganztonschritte voneinander entfernt. Und wenn ich jetzt weiß, ich will in C-Dur spielen und ich weiß, in C-Dur sind E und F drin. Da gibt es kein Es oder sowas, sondern die folgen direkt aufeinander. Und ich weiß, B und C. In Dur könnt ihr euch zum Beispiel als Eselsbrücke merken, einer der Doppeltöne ist immer ein Halbton unter dem Grundton. Also hinterm C ist das B. Wenn ihr euch das merkt, dann wollt ihr in D-Dur spielen, dann wisst ihr, da ist ein Zis dahinter. Dann habt ihr da schon mal den ersten Halbtonschritt gefunden und baut euch so die Eselsbrücken. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, hier, wenn ich jetzt den D-Dur spielen will, dann zählt das Zis ja quasi mit rein. Da ist ein Zis mit drin. Dann weiß ich, da unten habe ich hier auf der G-Seite im siebten Bund auch noch ein D. Dann ist der Ton davor auch wieder ein Halbtonschritt. Und wenn ihr dann den zweiten Ton rausfinden wollt, Grundton, ganzer Schritt. Ganzer Schritt, weil große Terz. Und dann ein Halbton. Und dann habe ich hier, habe ich hier mit Fis und G den zweiten Halbtonschritt. Und wenn ich jetzt dann weiß, wo Fis und G sich auf dem Gerütteprett befinden und wo Zis und D sich befinden, dann weiß ich schon, wo die Halbtonschritte sind. Und um die herum sind immer Ganztonschritte. Bisher könnt ihr dann rauf und runter spielen. Wenn ihr jetzt hier bei D seid und mit davor das Zis, wisst ihr, da kann nur ein ganzer Ton sein, da kann auch nur ein ganzer Ton sein. Dann überlegt ihr euch, jetzt bin ich von D auf das E. Ich bin aber in Dur unterwegs, das heißt, der nächste Schritt muss auch ein ganzer Schritt sein. Dann kommt wieder ein halber Schritt. Und dann kommt wieder ein ganzer Schritt. Und wenn ihr die Intervalle zwischen den Tönen euch einmal eingeprägt habt, ich weiß, das dauert ein bisschen, das ist vollkommen klar. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das passiert vor allem in der Spielpraxis. Setzt euch auch einfach mal hin und macht euch irgendeinen Backing-Track an. Das ist meine Methode, wie ich das gelernt habe. Ihr macht euch einen Backing-Track in F-Moll an. Den lasst ihr am besten auf Repeat laufen. Es gibt auch so eine Seite, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, listenonrepeat.com oder so. Da könnt ihr euch einen YouTube-Link reinhauen. Das loopt einfach immer dieses Video immer wieder durch. Und ihr fangt dann an, erstmal meinetwegen mit dem Schema fünfte Lage oder mit einem wirklich Durchzählen auf einer Seite, je nachdem wie ihr das möchtet, diese Töne zu identifizieren. Welche sind denn da überhaupt drin? Dann fangt ihr an auf dem F. Ich bin in F-Moll, dann ist die Sekunde den ganzen Schritt weg und dann kommt die kleine Terz direkt hinterher. Und wisst dann zum Beispiel, dieses Schema A-Moll-Fünfte Lage geht auch als F-Moll-Erste Lage. Und dann wisst ihr ja so, ja, F, G, Gis, As, B, C und Dis sind da drin. Dann seht ihr das, kommt schon wieder das F. Und dann könnt ihr ja sagen, ja gut, entweder lerne ich es anhand von diesem Schema und weiß dann, welche Töne da drin sind oder ihr geht dann halt einfach die E-Seite entlang. F, G, Gis, As, C, Cis und dann das Dis. Und dann kommt wieder das F. Könnt ihr natürlich auch so machen. Aber die Intervalle bleiben immer dieselben. Und dieses Schema, ganzer Schritt, also in Moll, ganzer Schritt, halber Schritt, ganzer Schritt, ganzer Schritt, halber Schritt, ganzer Schritt, ganzer Schritt. Das ist immer dasselbe. Dieses Muster könnt ihr auf jede Tonart anwenden. Ihr startet einfach nur bei einem anderen Punkt. Wollt ihr ein F-Moll spielen, startet ihr beim F. Wollt ihr ein D-Moll spielen, startet ihr bei einem D. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, ab dem 12. Bund wiederholen sich die Töne. Also auf der tiefen E-Seite der 12. Bund ist auch wieder ein E. Und dann geht es wieder F fürs G und so weiter. Das geht dann genau weiter wie hier oben. Und wenn ihr dieses Schema einmal euch eingeprägt habt, könnt ihr, klar, am Anfang muss man immer ein bisschen durchzählen. Und ich habe zum Beispiel mich beim Üben immer fokussiert, erstmal bis zum 12. Bund so einigermaßen die Töne zu lernen und dann die Skalen darin. Und dann fangt ihr irgendwann an. Ihr wollt aber dann auch die Soli mit den hohen Tönen spielen und wollt euch dann über dem 12. bewegen. Dann fangt ihr da auch wieder an, ein bisschen durchzuzählen. Am Anfang spielt man dann irgendwas Langsames oder man spielt auch ohne Metronom oder ohne Backing-Track, um einfach erstmal ein bisschen in das Gefühl reinzukommen. Und wenn ihr das dann einigermaßen habt, dann erklärt sich das ganze Griffbrett quasi nach und nach von selbst mit den Skalen. Und man hat dann so seine Stellen. Ich weiß zum Beispiel, was ich sehr gerne benutze, sind hier im 16. und 17. Bund auf der G-Seite das B und das C. Da weiß ich, dass die da dort sind. Davor ist das A im 14. Bund. Und das ist sowas, da spiele ich dann immer gerne. Das ist auch so ein schöner Orientierungspunkt. Dann weiß ich, da habe ich hier B, C. Dann kommt das D mit dem ganzen Schritt. Und dann das E wieder mit dem ganzen Schritt. Und dann habe ich das F hinterher. Da bin ich dann auch wieder in C-Dur bzw. A-Moll unterwegs. Und wenn man sich so diese Orientierungspunkte mit den Halbtonschritten in A-Moll bzw. C-Dur so ein bisschen drauf geschafft hat, dann spielt es sich irgendwann richtig flüssig und ihr müsst gar nicht mehr so drüber nachdenken, wo greife ich denn jetzt überhaupt hin. Dann könnt ihr euch in aller Ruhe, weil im Kopf ihr genau wisst, wo ihr hinwollt, darauf konzentrieren, sauber zu greifen, cleaner zu spielen, vielleicht auch schneller zu spielen. Und das ist halt auch die Grundlage, die viele vergessen. Das Wichtige an der ganzen Geschichte, schnell spielen zu können, geile Soli spielen zu können, coole Techniken umsetzen zu können, ist erstmal grundlegend zu wissen, wo man hin will. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt das und das spielen, wie war denn das, war das jetzt fünfter Bund, siebter Bund, Mist, jetzt komme ich durcheinander. Dann verhaspelt ihr euch, kommt aus dem Takt, Rhythmik ist dann das zweitwichtigste, sag ich jetzt mal, um wirklich gut spielen zu können und auch um Techniken umsetzen zu können. Und wenn ihr das mit der Musiktheorie euch drauf geschafft habt und wisst, wo ihr hinwollt, ihr wisst, ich spiele jetzt gerade, keine Ahnung, ich schreibe gerade einen Song in F-Moll, ich habe die Rhythmusgitarre und jetzt will ich schon ein coole Solo drüber spielen, dann wisst ihr und ihr wisst, wo in F-Moll die Töne auf dem Griffbrett sind, wo ihr mit dem Solo ansetzen wollt und so weiter. Dann könnt ihr euch darauf konzentrieren, das Solo in Takt zu spielen, in der richtigen Rhythmik. Das ist dann quasi die nächste Baustelle und da habt ihr dann einfach den Kopf dabei frei. Das ist das Wichtige. Wenn ich bei jedem Ton, den ich spiele, überlegen muss, wo ist denn jetzt überhaupt der nächste Ton in der Skala, den ich jetzt gerne greifen würde. Und ich habe so ungefähr im Kopf, wie es klingen soll, aber dann ist der dabei? Nee. E-Moll, da ist der nicht mehr da. Der war das. Und dann könnt ihr wieder von vorne anfangen, weil ihr dauernd damit beschäftigt seid, zu denken, wo ihr überhaupt als nächstes hingreift. Wenn ihr aber wisst, ich habe so meine Wohlfühlzonen, ich spiele zum Beispiel gerne hier, keine Ahnung, um das C auf der G-Seite rum. Dann brauche ich gar nicht mehr hinschauen und weiß schon, wo der nächste Ton ist und so weiter. Und das kommt mit der Routine, das braucht Zeit, das braucht viel Übung, ihr müsst da Zeit rein investieren. Es gibt dagegen keine Abkürzung, außer wir erfinden irgendwann irgendwelche Neurochips, die ihr euch ins Gehirn pflanzen lasst, die dann die Motorik, quasi das motorische Gedächtnis bilden. Da gibt es keinen Umweg, das muss man letzten Endes lernen, wenn man Musik verstehen möchte, wenn man richtig Musik machen möchte. Es ist die eine Sache, wollt ihr nur Wonderwall nachspielen, dann sucht ihr euch die Akkorde raus und strumpt die halt rauf und runter und dann seid ihr auf jeder zweiten Lagerfeuerparty der Knaller. Aber wenn ihr wirklich Musik machen wollt, dann müsst ihr euch da durchbeißen, euch drauf schaffen, wo sind die Töne auf dem Griffbrett, wie sind Skalen aufgebaut. Und daraufhin könnt ihr dann eure eigene Musik machen, könnt eine Akkordfolge euch erfinden, könnt euch ein Solo dazu ausdenken oder eine Melodie oder sonst irgendwas, ein Sinti, eine Geige, eine Schallmeige, ist es egal. Das Wichtige an der Sache ist, wenn ihr euch aufs Spielen konzentrieren wollt, also wie spiele ich, mache ich ein Sweep-Picking, mache ich ein Legato-Lick draus, mache ich Tremolo-Picking draus oder weiß der Geier was. Das ist quasi erstmal nebensächlich wichtig, dass ihr wisst, wo ihr hinwollt, was wollt ihr denn überhaupt tatsächlich spielen. Und wenn ihr das wisst, weil ihr wisst, ja keine Ahnung, in A-Moll ist zum Beispiel da, der Bund ist mit drin, das ist ein E, okay. Und daraufhin möchte ich dann aber das G spielen, weil das in der Pentatonik ist, Pentatonik kommt ja auch noch dazu. Dann habt ihr den Kopf einfach freier und müsst nicht überlegen, wo war denn jetzt hier die Pentatonik oder wo war denn hier die Skala, sondern ihr wisst dann, wo ihr hingreifen müsst. Dann habt ihr einfach den Kopf frei für andere Dinge. Dann könnt ihr euch über eure Bendings-Gedanken machen, über Tremolo-Picking und saubereres Spielen und bestimmte Techniken besser umsetzen, Stichwort Hammer-Ons und Pull-Offs und so weiter. Und habt dann einfach den Kopf frei für die Dinge, die dann als nächstes kommen, eben richtig im Takt zu spielen, also wirklich zu 100% im Takt, sodass man es auch aufnehmen kann. Sauber zu spielen, sauber zu greifen, nicht aussehen andere Seiten mit anzuschlagen oder auch beim Greifen, dass ihr da nicht hier so wie so ein Affe irgendwie mehrere Bünde greift, sondern wirklich sauber mit der Fingerspitze die Seite, die ihr dann tatsächlich spielen wollt und so weiter. Da könnt ihr euch dann darauf fokussieren. Wie ich es halt gemacht habe, mit A-Moll respektive C-Dur anzufangen, ist ein guter Anfang. Da sind einfach nur die ganzen Töne drin. Da müsst ihr euch keine Zeichen oder sowas merken. War es jetzt Cis oder war es Gis oder so, sondern einfach nur A, B, C, D, E, F, G. Und wenn ihr das dann drauf habt, könnt ihr dann anfangen, in A-Moll einfach mal einen eigenen Song zu schreiben, nehmt euch eine kleine Gitarre auf und spielt dann irgendwie eine Melodie drüber. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt nehmt, ich mache ja ab und an so ein paar Backing-Tracks und sowas, manchmal klamüsert sich da halt dann im Prinzip schon eine Songidee raus, wenn ihr immer wieder über das Gleiche spielt, aber immer mal was anderes spielt. Irgendwann kommt ihr dann auf eine geile Melodie. Und auf die geile Melodie kommt ihr eben, weil ihr die Intervalle kennt, weil ihr wisst, ich kann da hingreifen und ich will jetzt nicht immer nur die aufeinanderfolgenden Töne spielen, sondern will damit rummixen, will mal einfach irgendwo anders hingehen und nicht immer nur einfach nur A, B, C, D, E, F, G, sondern ich will halt A, F, C, G und so weiter spielen. Und dann werdet ihr sehr schnell merken, dass das viel, viel leichter fällt, wenn ihr wisst, wie die Intervalle sind, wie die Skalen aufgebaut sind, wo die Töne sind und so weiter. Und dann hätten wir eben noch die Lage. Wenn ich davon rede, in der fünften Lage zum Beispiel, dann meine ich, wir bewegen uns hier mit dem Zeigefinger im fünften Bund. Wenn ihr natürlich das ganze Pattern spielt, dann kommt ihr auf der G-Seite dann auch mal in den vierten Bund, aber wir beginnen im fünften Bund, daher nennt man das fünfte Lage. Ihr könnt auch A-Moll in der siebten Lage spielen. Hat aber dann den Hintergrund, dann fangt ihr auf einen anderen Ton an, das wäre in dem Fall das B und endet dann auch auf einem anderen Ton. Da bewegt ihr euch immer noch in A-Moll, aber der Fokus liegt halt woanders. Ihr könnt auch A-Moll in der ersten, zweiten, dritten Lage spielen. Ihr spielt dann halt einfach immer nur die Töne, die in A-Moll drin sind und dadurch verändert sich das Griffpattern. Aber die Intervalle zwischen den Tönen bleiben immer dieselben. Also sprich, zwischen einem C und einem D ist immer ein ganzer Schritt. Zwischen einem B und einem C ist immer ein Halbtun-Schritt. Und das ist egal, wo ihr anfangt zu spielen. Und da sind wir dann halt auch letzten Endes wieder bei Intervallen gelandet. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen vermitteln, was Intervalle sind, was Skalen sind oder eben auch, was die Lage bedeutet, dass ihr da einfach jetzt, wenn ich davon rede, so einen Schimmer habt, was damit gemeint ist, ganz genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nicht, wenn das nächste Video online geht. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß dabei, mit meinen Musiktheorie-Lektionen so ein bisschen die Basics kennenzulernen. Und ich wünsche euch ein cremiges Wochenende und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.